warte aber was bringe sie einen verwandten verkauf sie an jemand anderen so ich habe dich gerettet alles easy bei uns ja da hoch würde ich jetzt nach Southwark gehen, Southwark will ich jetzt aber nicht, ich bin erstmal hier hinter das heißt ich gehe den Weg zurück den ich gekommen bin was ich jetzt schon nicht mehr tue weil ich mich schon wieder verlaufen habe, kacke oder? doch doch von hier bin ich gekommen ich muss die hier durch stop hier wir müssen da lang, wir müssen hier irgendwo, ah da vorne ist wieder die Edwina und der Boof können wir mit Edwina wieder was neues reden? nein nein handeln na Geld habe ich, mehr ist genug, das paar Toren, auch so Sachen, ja ne auch keine Rezepte ich bin schon an Hampton ich bin schon an Hampton du wirst keine wirkliche Hilfe, Miss Cox oh das ist der Ding Sabrina und der ist unbekannt erst mal auf die reiche stellen ok dann red doch jetzt gleich mal mit ihm und hier ist doch ein anderer ach du scheiße ich weiß nicht ich weiß was du denken ich bin nur ein lundeser auf der münche aber ich bin nicht die blödsacken existieren und sie sind nahe mr thrugmorton dr jonathan reed ich möchte noch mehr über diese vampire du hast ein künstler ach du scheiße über den kann ich mir jetzt echt viel anhören wahrscheinlich oder will ich das ja natürlich über unsere nachbarschaft ja ich hab mitbekommen was zu müssen dass er tot ist aber es ist meine Aufgabe ich bin überzeugt Jack Gillingham wurde von einem Vampire und warum diese schweine blödsacken sind wie eine Pläge ich glaube ich glaube er wurde von von Vampiren getötet das glaube ich nicht ich glaube das sind nur die falschen Leute angelegt ihre Arbeit wie genau wie genau diese Menschen sind ich bin kurz in der Nacht investigiert was ungewöhnlich ich versuche Menschen zu bleiben aber die Menschen sind nicht hm woher kennt sie ein Vampire ist einfach sie nicht sie die sind schweine und sie nicht ohne zu 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 also zu 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 ja ok ja mach ich doch Campierjäger der Extraklasse zu 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 ok Wahnsinn Versuch einfach beitreten jagen sie ein ein bisschen beitreten hm ah ja so du hunt schweine zu schweine 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 ok so verkehrt hört sich das gar nicht an weißt du was von Sean Hampton wenn du hier rund gehen machst vielleicht weißt du was schweine 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 Okay. Warte mal. Belästigt steht da. Miss molested, wirklich belästigt oder nicht eigentlich eher so was wie misshandelt. Sorry. Sorry, da musste ich niesen. Naja, ähm. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what. Go and chat with Tom Watts. He's a bartender and a good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Okay. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Throckmorton. Alle sagen, dass ich so ein Ding reden soll. Mr. Barman. Da oben ist noch jemand unbekannt. Erstmal gehe ich jetzt hier rein. Da haben wir einen Tom. Oh, da ist ein. Ja, das sind die, die wir schon kennen. Das kennen wir auch schon alles. Ja, schon. Ich bin looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad scene. Ja, jeder sagt mich, ich soll Tom Watts fragen. Oh, da ist kein XP willkommen. Schade. Okay, du ablust auch noch zu spät. Miss Cavendish, would you be willing to help me look at Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Hmm. Only Tom can decide who to speak to him and what he'll say to them. Ja, nur der Chef darf hilflos ausgeben. Goodbye, Miss Cavendish. Aber ich hab da hinten eben noch irgendwo wie ein neues gesehen. Da. Wo ist die? Die ist oben. Kann ich da hinten hinterher rein oder so? Friven, Leute. Da. Da. Ne, da ist noch jemand. Sie ist da drin. Servus, wie bist du? Uh, hallo. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. Warum? I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Rufus. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. Well, but since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Ah, yeah. Warum meiden die Leute? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city for better or worse. Okay. What do you do? What do you do? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Okay. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. What do you do for me? It's hard to work. What was my head and all? Oh. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Look, it's more like, have you work in the sense of... You're working in the sense of... You're working in the sense of... Are you alone? Where is your family? I can't even look around when I'm talking about it. I don't have any. My parents are dead, so you have no hope. I need to go a little to the left and right. You sleep rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. There is someone in the back. He lives on the street. That's crazy. Are they all alone? No, you should be careful. You should be careful, Rufus. There are things that lurking in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost. Even if we're not related. Okay. Mrs. Fishburne is the one right in the house. Right. Rufus Kingsbury. Two hints, which are of course both of them are concerned. Here. Rufus Fishburne is like a mother. And Stella. It's Rufus like a mother. It's like a thing that both of them are together. But you're listening to the stories. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of people around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the turquoise turtle. It's a pub, not far from me. The barkeeper knows everyone in these parts. Well, everyone sent me to the barkeeper. So long, Rufus. Be careful. Take care. Was Rufus healthy? I think he's healthy. No, he's blood and blood. Okay. So, that's why he was so soft. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? Reden. I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to knock on people's doors. Okay. Oh, I could just do it. Oh, I could just do it, that's why you let me do it. But actually... Oh, I do it. Will I do it? That definitely has a impact on people's doors. Right? Oh. Aber das blaue ist ja immer eine reise Zwing. Will ich das oder will ich das? Ja komm, komm, wir gehen mal rein. Okay, Fishburne´s Haus ist instanziert. Oh, die schließt ihre Sachen ab, wie mies. Ha, das aber nicht. Ja, sie kocht in der solchen Zeit, ich schau mich mal um so lange. Aluminium oder so, Buch, Kreuzchen drum, alles schön, alles toll. Nochmal ein Buch mit... Da war noch was. Oh, Bleiplatten und Bleistäbe sind gut. Ich würde gerne mit dir reden. Ja, über die Grippe, über eigentlich alles. Er ist... Okay, ihr Sohn. Er ist ein Standardding, wie immer. Ja. Gewaltzerre von Armoren, die Pegen. Ich glaube, dass die Grippe hat nichts mit der Epidemie? Ich weiß nicht. Aber es ist wahrscheinlich mit der Gang, wenn du mich fragst. Es ist so, dass jeder hat eine große Rolle. Er ist so, dass du sie in der Mitte ist. Ja. 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 Du kannst nur in der Gutter sterben, und niemand wird einen Ruhigen. Kann ich fragen, was du für ein Leben machst, Frau Fishburne? Seitdem mein Mann zu sterben, ich arbeite bei der Dorson-Roe-Faktor. Aber es hat geschlossen, bevor die Tür. Ich helfe in der Nachtsasylen, um zu tun zu essen. Ok. Habt ihr husband in der Krieg sterben? Oh nein, mein Jack war ein Docker. Er sterben, wenn mein Seymour nur ein Kind war. Der Schmerz sah seinen Vater aus dem Schrauben zu fallen. Oh, ja. Wie verpasst du das Geld? Mein Seymour arbeitet an den Dock, wie sein Vater. Er ist sehr verabschiedet zu dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Es ist nicht immer einfach. Aber wir kommen gut. Ah, ok. Also ihr Sohn zahlt. Zieh einfach den Weiß. Ja. Du meinst Rufus? Ja. Ja. Ich wünschte, dass ich noch mehr für den Schmerz machen könnte. Die meisten Menschen sind so selbstverständlich. Aber du bist nicht. Jahre haben vielleicht übergebracht, aber ich habe nicht vergessen, wie es fühlt sich, in den Schmerz geht. Okay. Achso. London persönlich hier kümmern oder gar keine. Aber du weißt bestimmt, was du mit dem Schmerz. Ja genau den. Ich bin ja auch ein Mann, der sich um die Menschen zu bezahlen nimmt. Ja genau den. Ja genau den. Ja genau den. Ich bin sorry. Ich weiß nicht, wo sein Schmerz ist. Aber wenn du dich umdrehen, dann bekommst du deine Antwort. Mhm. Tschüss, Frau Fishburne. Schau dir von dir selbst. So, über sie haben wir jetzt ein bisschen was erfahren, wenigstens. Dadurch, dass wir sie gezwungen haben uns rennt zu lassen. Schauen wir jetzt die Tür... Nee. Der Rufus, aber hier vorne war eigentlich noch jemand. Unbekannt. Du hast ein bisschen ein Hohlkreuz, Kollege. Na ja, wir werfen jetzt die Rette weg. Hm. Ach, sie sind der... Du bist der Sohn von der Ding? Sag erstmal was über den Teilstadt. Okay, dann gibt es... Und wir müssen das. Ja. 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 Was berührt dich denn? Oh, eine Kette. Die kann ich suchen. Einversteigen kindlicher Liebe. Ja, das ist schön. Das ist ein guter Sohn, wenn er sowas für sie mal macht. Weißt du denn, was wir schauen? Oder schickst du mich auch zum Ding? Oh. Ja, jeder spricht zu Tom. Ich weiß nicht, wie Tom reden muss. Achso, das ist hier oben in dem Plakat, wo man stapelt. Ist auch da drüben in den Western-Docs. Ginflaschen, Bombenanschlag. Ich finde die Halskette. Alter, hier im kompletten Bereich. Ernsthaft? Jetzt geht es hier. mit der Halskette. Das ist eine Ligere Slauze. Vielen Dank.